hallo herzlich willkommen zur neuen ausgabe bezüglich übungen wechselschlag heute möchten wir ein ganz klares problem ansprechen es ist kein problem aber manchmal hat man das gefühl dass so fingerübungen bezüglich wechselschlag gar nicht so schön klingen oder ganz oft nach mittel klingt aufgrund der kleinen intervalle zum beispiel das ist schon sehr 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 aggressiv manchmal möchte man aber vielleicht gar nicht diesen aggressiven klang haben deswegen gehe ich heute auf eines auf einen anderen klang ein und zwar das klingt ein bisschen freundlicher ja und jeder kennt das auch das ist kein geheimnis dass die c dur tonleiter beginnt hier auf der g seite erst einmal in bünden und seiten gespurt g seite fünfter und siebter bund h seite 568 so probiert das erst mal in aller ruhe aus macht ganz 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 klar und konzentriert euch darauf das mal auf meine rechte hand auf den wechselschlag genau wenn ihr es richtig macht dann müsst ihr jedes mal auf schlag raus kommen achte mal auf meinen fuß das ist mein metronom was für ein zufall es passt alles in den viertel takt wenn man es nach den noten zählt ihr könnt selbstverständlich auch das tempo steigern ja aber erst dann wenn es bitte sauber ist und vor allem dass es sauber bleibt das schöne ist an dieser kleinen übung ihr könnt ihr an diesem fingersatz ihr könnt es nach oben oder nach unten verschieben wenn ihr so wollt nach oben natürlich tonal gesprochen positional und so weiter probiert es gerne mal aus irgendwann seid ihr vielleicht hier im zwölften bund wunderschöne sachen macht unheimlich viel spaß und klingt einfach auch ein bisschen freundlicher als hier unten diese metal artigen fingerübungen ja wenn es euch gefällt schickt doch auch mal meine anderen social media aktivities und zum beispiel youtube unter meiner gitarrenakademie oder auch unter instagram manheim guitar academy oder meine homepage www.mannheimer-gitarren-akademie.de viel spaß dabei tschüss und